Ich habe was gelesen in den Kommentaren, und zwar wie man diese Dinge hier abbauen kann. Hallo Freunde der Charm-YouTube, willkommen zurück in Project Ozone 2 Reloaded. So, Duffy mach auf. Und Duffy macht den Charm-Typ auf. Okay, Bienen. Ja, Volk heißt Bienen. Ich habe noch einen. Hat jemand dieses Netz mit? Nein. Nein. Na, lass mal halt. So, Duffy, warte, 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 ich will erst zum Portal. Ja, ich will. So, mach. Ja, ich gehe auch mal in die Nähe des Portals. Und, hey, ich bin hin, ich bin hin, ich bin hin. Okay, bin doch nicht hin. Trollhole. Was ist denn da, was gerade passiert? Einfach nur ein kurzes Loch und dann wieder zu. Sensitive Diamond Chestplate of Lazarus habe ich hier. Wo habe ich das denn her? So, ich habe was gelesen in den Kommentaren, und zwar wie man diese Dinge hier abbauen kann. Ja, wie? Die ganzen Steine. Ach. Wie denn? Äh, da sollen irgendwo hier diese mit diesem, äh, diese viereckigen Steine, die soll man abbauen können. Wenn man alle davon abgebaut hat, dann kann man das Ganze abbauen. Was sind für viereckige Steine? Äh, was? Wo seid ihr denn? Hier hinten im Dungeon. Darf ich welche viereckige Steine? In welchem Dungeon? Weil da uschen, das wäre wirklich mal interessant. Leute, in welchem Dungeon? Aber welche viereckigen Steine? Hallo? Vielleicht sind dahinter auch welche. Äh, ähm. Die sind, Moment, mal schauen, ob ich wieder einen finde. Darf ich, wie sieht denn ein Stein aus, der viereckig ist? Ach, da, da, da ist ein Stein. Na, da hat halt diese viereckigen Dinger drauf. Das ist so. Nein, sag mal, wie sieht denn der aus? Beschreib doch mal. Na, das ist ein Stein, und da sind lauter Vierecke drauf. Seid ihr hier rein in das Gebäude? Und die sind wo? Die sollen, äh, laut Kommentar über den ganzen Dungeon verteilt sein. Wäre jetzt echt blöd, wenn der auf irgendeinem Schnee liegen würde. Ich bin hier in so einem Dungeon in, äh, oh! Ja, genau, du bist bei uns. Geh mal runter. Ist ja untergestockt, wer kann das? Nein, geh nicht runter. Da kannst du nichts machen. Meinen die, diese Steine hier. Ja, genau. Ah, die heißen Anti-Builder. Hier mal hoch. Kommt hoch. Ja, es müssen noch irgendwo welche sein. Hier ist noch einer. Okay. Metos, wenn du irgendwo Chiselierte siehst, die Chiselierte Steine hier, die so mit diesen konzentrischen Vierecken drauf. Metos, ich hab gesagt, du sollst nicht runter. Doch, ich will aber runter. Gut, dann guck da unten mal, ob du so ein Chiseliertes Ding findest, wie das hier. Guck. Du kannst das nicht erbauen. Weil diese Blöcke hier noch da sind, du kannst im Moment noch nichts abbauen. Oh. Metos, mach die Klappe zu und guck mal. Ach, das sind die hier fallen drunter. Die müssen wir finden und abbauen. Aha. Da müssten irgendwo noch welche sein. Ähm, okay. Und wo sind die dann? Die müssen wir ja finden. Ach, genau. Da setzt der wieder die Dinge hin. Ob da unten einer ist? Oh, hier ist ein Zauberbuch. Nein, da unten ist keiner. Das ist auch gut so. Irgendwo. Ich hab bestimmt irgendwo einen übersehen. Mhm. Wahrscheinlich stehen für diesen Zeitpunkt schon drei, vier Kommentare drücken. Ja. Ja, ja. Wer will nicht? Alles Werfer hier. Ähm. Dann mach die Augen an. Okay. Hey. Hey. Was denn? Geh mal zu der zweiten Stelle runter zu. Hier hat sich irgendwas getan. Au, au, au. Keine Ahnung. Äh, okay. Irgendwo sind da noch welche. Es wäre jetzt wirklich gemein, wenn die irgendwo hinter was wären. Bist du kaputt? Also hier sind auf jeden Fall diese Illusionary-Blöcke. Ja. Bist du wieder ganz... Ah! Ich kann doch... Ich hab wieder Fliegen nicht angeschalten. Ach, Mensch. Nein. Da ist noch was hinter. Aber das können wir nicht abbauen. Hä? Wer spricht denn da? Das würde ich auch gerne wissen. Nein, ein Portalgang. Oh, wie niedrig. Moment, vielleicht sieht man ja dann außen von irgendwas hier drin. Da wie? Warum hast du den abgebaut? Da kann ich nie wieder hoch. Ich bin doch auch wieder hochgekommen. Wie? Einfach da drauf stellen und dann hoch. Hä? Hallo. Du warst doch gar nicht mit hier unten. Da kommt er jetzt hoch, oder nicht? Ach, Duffy! Was ist denn Hebel umgelegt? Ich hab keinen Hebel umgelegt. Ey! Ich hab einen Anti-Bilder-Block gefunden. Ne, das ist ein Anti-Anti-Bilder-Block. Was? Auf jeden Fall, mach mal auf. Duffy, hier ist irgendeine Piste eingefahren. Leute, wo seid ihr denn alle? Lege irgendeinen Hebel um der hier in der Nähe ist. Da warst du doch gerade ganz in der Nähe von. Duffy! Moment, ich sehe doch nicht mehr, wo der ist. Was? Weiter unten! Ähm. Da unten, der! Okay. Wenn ich sag, der ist bei dir und dann rennst du erst zu mir. Ne, keine Ahnung. Geht nix. Das ist... Mensch, wenn oben und unten sind Hebel, wenn die an sind, dann gibt da natürlich mich, wenn einer an ist. Das müssen beide aus sein. Jetzt? Jetzt setzt doch die Tür zu. Mach mal die Tür auf. Jetzt? Nein, der ist direkt unter der Tür. Äh, Duffy! Warte. Okay. Hä? Was? Ja, man kann jetzt alles abbauen. Gut. Ah, jetzt komme ich... Das heißt für uns, wir gehen dann runter und bauen den Spawner ab. Beziehungsweise du gehst dann runter, Duffy, weil... Meine Spitzhacke kann das nicht. Äh, hier kann ich immer noch nicht abbauen. Also den halben Turm können wir jetzt abbauen. So, irgendwas ist hier noch. Ja. Irgendwo muss hier noch mal sein. Ich guck mal von außen, vielleicht ist von außen noch einer. Ich hab jetzt von außen nichts gesehen gehabt. Schau denn dieser Anti-Anti-Bilder-Block aus? Äh, das ist einfach wie ein normaler Stonebrick. Das sind die, die du verschieben kannst. Also ich sehe keinen. Ich auch nicht. Weil irgendwie müssen wir doch da runterkommen. Ja, stimmt. Ohne dass wir sterben. Äh, wie? Äh, da ganz oben auf dem Turm ist einer. Nö. Kannst du da hin, Duffy? Ich bewege mich gerade... Ach, ich kann da ja nichts bauen. Ah, darf ich? Wir sind ja aber auch blöd. Was dann? Wenn wir was bauen, dann sehen wir das und... Also zumindest ich sehe dann so eine Art lilanen Strahl, der zu dem Block hingeht. Und der verschwindet dann. Ich sehe keinen lilanen Strahl. Suchen wir es mal. Ich sehe den, wenn ich was baue. Ach, und hier ist auch noch einer. Ja, okay. Weiter außen. Hast du den ganz oben? Äh, ja. Geht immer noch nicht. Okay, oben kann man jetzt abbauen? Also man kann jetzt von oben bauen, ja. Nein? So, Metos, wo kannst du nicht bauen? Da kann ich mal gucken, ob ich das sehe, wo der herkommt. Vielleicht liegt es in meinem Helm. Nö, nö, ich hab's auch gesehen mit dem, äh, lila Strahl. Einfach den Block hinsetzen, Metos. Metos kann doch. Ach, suchst du, versuchst du gerade auf die Weise dort reinzukommen. Ja. Dahinter ist einer. Ja, das ist gemein. Ey, ich glaube nicht, dass der in die Richtung war, Metos. Äh, in welcher Richtung war es denn? Da, in die Richtung Halle halt. Moment. Ich schaue gerade mal, ob ich von außen herankomme. Das versuchte ich das auch gerade. Nee, ich kann hier auch nichts außen abbauen. Ähm. Hast du Facken bei dir? Ich hab Facken. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Warte mal. Reparieren. Oh, Blutmund, auch nö. Ich mach mal die Tür zu. Ja, Facken. Oh, meine Spitzhacke ist ja. Wie fehlen mir denn eigentlich noch? Äh, okay, einiges. Warte mal, baue ich überhaupt in die Dings rein hier? Äh, schauen wir mal. Hilfe, ich kann den Spawner nicht abbauen. Ich hab nur einen Matthock und keine Spitzhacke. Aber meine Rüstung hält das aus. Also wenn einer eine Spitzhacke leihen kann, wäre das super. Okay. Ich bin gerade dabei, mich irgendwo hier reinzuarbeiten. Setz dich mal noch auf, Facken. Ähm, okay. Wo ist denn hier dein Keller? Lödes Ding. Jetzt komm halt wenigstens hoch, damit ich dich hauen kann. Ähm. Na komm. Ja. Nein, ich kann ihn nicht abauen. Hier ist er irgendwo einer. Ja, ich weiß, aber ich bin da nicht angekommen. Von außen und von innen nicht. Wo ist er denn? So, aber ich muss da so in diese Richtung. Vor allem ist Blutmohnen. Echt mal? Es sind noch zwei mindestens. Einer von da links und einer von da rechts. Hast du einen? Nö. Nein. Aber ich kann hier mit den Viechern so ein bisschen... Es nützt dir aber nichts. Meta, was wollen wir das, weil wir den Spawner nicht abbauen können? Weil noch zwei von diesen Dingern da sind. Nein. Du bist gerade Blutmond, Metas. Ich hätte erst mal Angst an deiner Stelle. Nein. Bitte, komm mal nicht ran. Daffi, Tür zu. Ja. Wollen wir hoch? Ich meine, guck mal, wenn ich jetzt hier setze, dann kommt der Strahl von dort. Wenn ich hier setze, dann kommt der Strahl von hier. Moment, ich muss mal auf die Insel hoch. Daffi, ich höre ein wenig. Okay. Also, ich habe die gerade alle zu mir gelockt. Also, wenn ihr da irgendwie dran wollt... Nein, Metas, hast du mir zugehört? Echt jetzt? Metas, komm da raus. Du kannst da unten nichts machen. Ich kann nicht raus, weil ein Zombie ewig hier reinkommt und ich will auch gar nicht hier raus. Es sind noch zwei so ließen Blöcken. So. Aber ich bin irgendwie nicht... Ja, macht ihr mal. Macht ihr mal. Darf ihr mal die Blöcke? Da muss da drin sein und einer muss da oben irgendwo sein. Oh, das sind noch mindestens drei. Ich muss jetzt erst mal schauen, dass ich hier wieder eine Spitzhacke finde. Warum ist denn die Nacht so lange? Mein Blutmond. Ich habe auf jeden Fall ein Portal zur Insel hochgeworfen. Metas, du kannst da nichts ausrichten. Doch. Nein. Ich will ein Zeug sammeln hier. Was denn Kling? Wenn jemand hoch zur Insel will, es ist ein Portal da. Autsch. Metas, hilf mir. Der eine hat... Ich kann dir nicht helfen. Nicht mal in deiner Nähe. Ah, ich habe die Truhe abgebaut. Ich komme wieder hoch. Du hast die Truhe abgebaut? Ja, wenn das Spawner nicht geht. Hey, ich habe eine Floppy Disk... Diskette. Oh, irgendein Spiel müsste da drauf sein. Dann haben wir hier Ander und Dimlets, Ender Nillies und... Metas, wir nehmen uns mal so ein Ding mit von da unten, ne? Warte mal. Müsste der Spawner als welche nach... Warte mal, wie viele Lootbacks habe ich denn hier? Okay. Das war ein Wies. Sammle den Mist wieder ein. Ähm, was ich gar nicht haben will. Ja, da ist einer. Okay. Einer weg. Essen sollte ich auch mal. Duffy, ich habe schon die Truhe geleert. Naja, ich habe schon einen, äh... Dings... Anti-Bilder-Block wieder abgebaut. Ordentlich essen hier. Dass wir wieder voll sind. Nein. Echt, jetzt schon. Sinn, ja, worauf der den hergab? Keine Ahnung, wo der herkam. Im Himmels. Duffy, bleib ja drin. Es ist Nacht. Äh, ja. Ist es immer noch Nacht? Ja, klar. Es ist, glaube ich, 10 Minuten oder so Nacht. Kommt hoch. Gleich haben wir erst Mitternacht. Es geht bis 6 Uhr früh. Die können ja hoch. Moment, da mache ich ihn mal dicht. Das Ding schmeiß mal auch mal weg. Ja, jetzt ist sicher. Doch. Es kommt wieder mein Invental. Ist da. Ähm. Bleibs da. So, und ich hau hier weiter. Excavator's Iron Figurine of Protection. Okay. Damage Resistance und Wasseratmung. Hey, ich habe einen raren Lootback. Sind da drin. Oh, klar, ich zu. Wir haben ankommen, Lootback. Drei Äpfeln. Juhu, ein Superhelm. Ja, ich will mal gucken, ob ich hier noch ein paar Lootbacks kriege. Wäre echt geil, wenn jetzt mal wieder Tag wäre. Hey, hey, ich habe einen Helm mit Wasseratmung. So, äh, was habe ich denn hier jetzt? Squidi verdorte. Ach nö, nicht Squidi. Sortieren wir das Ganze mal. Äh, zwei Lootbacks habe ich gerade mal. Dafür haue ich so viele von diesen Viechern. Echt mal. War überhaupt nicht schön. Bist du eigentlich, Methos? So, ich bin, ähm, hier und versuche zu fliehen. Äh, wo geht's denn hier raus, Leute? Äh, ich habe das Portal im Turm hingesetzt, Methos. Im Turm? Damit wir nicht draußen müssen zum Fliegen. Ich bin aber unter der Erde gewesen. Wo denn, Daffi? Äh, ein Stockwerk oben. Oder halt oben, wo dieses Bett mit stand. Ja, aber das sind wir hausend Viecher. Los, Methos. Oh, ein Stockwerk oben sind noch diese ganzen Viechermetris. Äh, Daffi, ich habe doch zugebaut, Mama. Ich habe doch alles dicht gebaut. Das Portal ist aus. Nein, nein, ist an, ist an. Sieht aber aus, aus. Ja, wir haben ein Plan, wieso das? Sieht aus, ach. Ja, jedes Mal lade ich durch diese blöden Lillisies. Oh, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Truhe. Da. So. Karottensamen. In Erde hier reinpacken. Ja, mit den Karottensamen habe ich auch was gelesen, was ich Papier wollte. Mal da rein. Ähm. Mal auch erstmal da rein. Das, 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 äh, Zombieherz. Ich habe ein Zombieherz gekriegt. Gibt. Wofür auch immer das gut ist. Juhu, noch so ein Ding. Was macht denn das? Unstable. Was macht denn Unstable? Was macht Mana im Moment? Oh. Nachtsicht. Und Heil, Heilboost. Wie ging das jetzt? Okay. Das Ding macht Knockback Resistance. Okay, Cropsticks. Und Nachtsicht. Dann müsste jetzt, wenn ich da alles richtig gelesen habe. Ist das da rein? Nein, aber auf den Herz verzichten. Ja, Mythos. Mythos, schau mal zu mir. Was bedeutet eigentlich Unstable? Ja, beim Feld. Was hast du gemacht? Ich habe deine Karotten-Samen angepflanzt. Wie hast du das denn gemacht? Diesen Cropsticks. Ach, die brauchen wir dazu? Ja. Oh, wir kriegen Karotten. Mach noch mehr davon. Moment, und du kannst hier auch mit Bone Meal und sowas drauf. Schön, ich habe, äh, oh, ich habe sogar welches. Moment, dann mache ich davon. Aha, ich habe jetzt eine noch super rarere Rüstung. Was bedeutet eigentlich Damage? Kann ich mich mal einmal hauen? Ich will mal gucken, ob ich da wirklich keinen Schaden kriege. Ja. Okay. Jetzt haben wir Essen. Hau mich mal, wir haben Essen. Mythos, hau mich mal. Äh, warte mal. Hau mich mal. Äh, wieso soll ich dich hauen? Mach mal. Echt jetzt? Aua. Kriegst du Schaden, wenn du mich hauen? Come on, Ludbeck. Haben wir nochmal? Ja, ich krieg Schaden. Äh, wie cool. Nicht, dass jemand hier runterfliegt. Ich brauch nichts zu essen. Wenn ich Hunger hab, füllt mich mein Helm automatisch auf. Ähm, bei uns ist es nicht so. Endlich haben wir... Man kann da nochmal draufklicken mit den Dingern. Äh, wieso kann ich die nicht anpflanzen hier? Ach so, Karotten-Samen muss ich ja machen, ne? Hätten wir das jetzt auch geklärt, wie man das Zeug anpflanzt. Ich hab meine Karotten... Halt, bevor ihr die Samen... Uppala. Ja? So spät? Alter Schwede, kann ich hochspringen. Okay. Hilfe! Und hier ist noch unsere Gerste. Und ich darf nicht vergessen, wenn ich so hoch springe, dass ich dann auch... Dass ich nicht fliegen darf. Gerste, ich brauch mehr Gerste für die... Äh, für die eine... Eins, zwei, drei, vier. Du hast das Feld zu groß gemacht. Du hast das Feld zu groß gemacht. Nein, wir sollten vielleicht noch nächste Folge weitermachen. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Sag ich jetzt auch mal. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Ich klicke Karotten. Tschüss. Tschüss.